Hallo Willkommen zu dem Special 111 mit unserem Special Gast Dominik. Hallo. Das ist der Typ, der hier vorne gerade rum springt. Das bin ich. Jo. Und Marco guckt einfach schumpfach unten. Hier ist immer noch mit seinem Schädel. Ja, meine Maus ist runtergefallen. Ich zieh die mal lieber schnell an. Zur Info, das ging schon die ganze Zeit so. So und das so auch auch dahin. Da hab ich mein Holz rum gehabt. Oh! Inventar geöffnet! Geil! Also das hat bisher noch keiner geschafft bei uns, oder? Ja, sechs Holz. Ich hab auch Holz. Ich hab sechs. Warte mal, ich hab noch was für dich Dominik. Was denn? Wo bist du? In Saar! Ich, nicht hier. Ui. Fängt super an. Wo bist du und fragen wir so rum. Nicht da. Ah, ich hab dich gefunden. Ich wär auch neben da gewesen. Ich hasse dich. Ich hab mich selber getroffen, weißt du? Was? Ich, nicht. Ich, nicht, ich hab ja nicht. Ich hab' ja nicht, ich hab' ja nicht. Wilch, ich hab' ja nicht. Na ja, mach' ich mal. Ich hab' ja nicht. Ich hab' ja nicht nur noch eins. Und hier nichts vor dem Thema, ich hab' ja nicht. Ha, ha, ha. Hab' noch rein. wenn die kinder sich streiten muss der papa ran oder das kind gewinnt okay jetzt hören wir mal auf uns zu schlagen vorerst domenik ich bin hier ja ich habe damit so schnell ich bin so schnell du schläfst hier coole einrichtung klick mal aufs bett da würde dann auch wieder spaßt falls ein gewisser typ so wieder umbringt oder einrichtung ja und du hast einen sehr geilen sound weißt du ja hört sich die ganze zeit an wie ein roboter ja transformer oder die lehnen in die lehnen nicht wie ein roboter sondern wir sind keine ahnung ich brauche heute so jetzt was hier und du hast sex so ich habe hier unten ein kleines lager gebaut ich glaube es nicht wahrscheinlich gegen seinen kopf gehauen da er damit du brauchst du was zu essen noch habe ich eben auch dann ist stirbt sowieso dann ist er wieder vorteil vor besoffen in so wirst du an stellen wo bist du in der markt auf was machst du da und war mein holz wo steht das wo steht das auf dem holz guck mal nach domenik du hast es einmal auf Holz geklappt du müsstest es ja wissen jetzt ist mein holz wo bist du bald ist es wieder meins wenn ich dich umbringe domenik ich sehe dich nicht ich dich auch nicht mach die augen auf ist lustig ja ne aber ich heng' echt ich back hier gerade rum bl passing backku backku hupen ja habe ich gerade gesagt fortune oczywiście affende intlas ne der ist fortgeschritten rené ist fortgeschritten Ja, fortgeschritten im Sterben. Das stimmt. Oh, Glück auf. War Glück auf nicht Eisenspitzhacke? Glück auf. Der grenzt, also ja. Der hat sich eine Holzspitzhacke gemacht. Wo bist du? Der hat sich eine Holzspitzhacke gemacht. Äh, wie muss man hier anfangen? Ja, hallo, wir haben Eisen da. Na, wo gibt mir nichts? Holst du dir was von mir? Nein, tust nicht. Oh, garotten. Äh, was soll ich jetzt nochmal haben? Ein paar Schläge. Ach ja, Staufel. So, Mann, ich seh es hier in der Schule, ein paar Schläge. Haha, wer schlägt mich hier? Ja, was ist denn? Ich hab ein Schwert aus Holz. Warte mal eben, nicht schlagen, ich bin kurz offline. Ich gucke kurz was nach. Ich bin AFK. Mhm. Hallo. Ich hab... Was? Ah, okay. Ja. Wieso sporn ich mich an meinem Bett? Marco hat's geputzt gemacht. Hör ich nicht. Das sagen sie alles. Und dann sind wir wie du schwanger. Und dann sind sie schwanger, ja. Haben wir hier irgendwo Lava? Hoffentlich, weil er fällt frei. Ja. Nee, ich würde deine Sachen da reinwerfen. Haha. Er stimmt, hinten in der Wüste. Nein, du musst ihm die Sachen wiedergeben. Mano. Der will sie gar nicht wiederhaben. Der redet auf mich zu und biegt dann ab. Mann. Da steht es ja. Danke. Bitte. Nein. Hahaha. Alter. Nein. Wie willst du sterben? Dominik, ich kenne das Haus. Ich hab's gebaut. Ich hab das geguckt. Hier wäre wohl das Fenster. Nein. Hahaha. Ich hasse euch. Nee, nicht Flo. Nur Marco. Immer dasselbe. Deine Sachen liegen unten. Nur dein Schwert habe ich. Alter, wo steht denn das? Oder hab ich nur dein Schwert? Ja, ich hab nur dein Schwert. Sei spinne. Nein. 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 Ja. Wo ist meine Sachen denn? Und? Die töten mich. Ich wollte grad sagen, hast doch ein schwerer Mann her, das hab ich ja. So, ich werde mal kurz den Part anhalten, weil ich mal kurz was nachgucken muss. Also, bis gleich. Das hab ich jetzt auch herausgefunden. Ja, das hätt ich auch gewonnen. So, wir sind zurück. Also ich. Ich hab jetzt herausgefunden. Haben wir diesen... Pilz haben wir, ne? Ja. Düssel, hast du auch. Okay. Äh. Na, wo ist er denn? Warte mal, hier hinten. Hä? Ich glaub ich weiß wo. Ich hab hier wahrscheinlich schon übersehen, aber egal. Wer hat von euch Schwarzpulver? Ich nicht. Ich auch nicht. Ach. Ich hab jetzt ja keinen Bock drauf. Hier? Hm. Wer plündert da gerade mein Lager? Ey, ne. Ich such nur Schwarzpulver. Ich hab das nicht! Das ist welch schon in unserem gemeinsamen Lager. Okay, dann guck ich da. Da. Da ist eine Kiste mit Mob Drop. Die, die müsstest du glaub ich kennen. Ähm. Hier sind viele Kisten ohne Beschriftung. Da ist gar keine Kiste beschriftet. Das ist... Links. Die mit... Die in der Mitte. Oh, da ist ja viel drin, ey. Wissen wir. Ende Augen. Lass die da drin. Was hab ich... Hab ich drin gelassen? Wer sind... Wer sind... In der Augen fahren war es meine Kiste. Okay, da war auch nichts drin. So, äh... Zucker. Ich brauch Zucker. Oh, Webstone. Ach, ne. Schwarzpulver. Ich brauche hier Creepers. Creepers. Einer ist auf der Schaf... Äh, auf der Schweinweide. Alter. Oh, ne. Ich wollt grad sagen, Marco versteckt mich schon wieder. Ähm. Äh, das. Haben wir noch Obsidian? Ich glaub schon, ne? Ja, ein bisschen was. Hier war wohl immer ein Kiefer. Nur wo? Herr Flo, hast du was bei dir drüben? In den beiden Einzelkisten müsste das sein. Warte, ich guck mal kurz bei mir. Kiefer, wo bist du? Muss bei dir sein, bei mir ist es nicht. Also hier... Gemeinsam. Ne, bei mir auch nicht. Dann haben wir nichts mehr. Na toll. Woll grad ne Endotruhe bauen, wo ich das ganze Eisen und sowas reinpacke. Ups. Scheiße. Ach ja. Ich brauch Kiefer. Ja. Die haben auch nicht rum und hol hier welche. Haha. Bist du lustig, welche ich finden würde? Ich weiß nicht lustig, Bernda. Boah, das musst du nicht sagen. Ach ja, das ist spannend hier in den Keller auszuheben. Wo bist du denn die ganze Schalter hier in dein Keller? In meinen? Ja. Ja. Hm. Drück lieber nicht, sonst bin ich noch wieder tot. Das bist du sowieso. Kannst ruhig drücken. Ah. Okay. Ach so, die Schalter meinst du? Ja. Da aber Vernichter 3000 steht. Ja, warte, ich komm mal kurz hin. Ist wahrscheinlich ein Vernichter. Haha. Hier, guck mal. Also. Hier packst du was rein. So wie das. Dann drückst du den hier. Einmal so. Dann den. Und dann kommt hier alles raus. So. Wieder so. Und dann war's das. Okay. Ich war drauf noch schwarz rüber. Ich hab nichts. Hau ab. Ich wollte gucken, was du machst. Geh raus. Oder, oder farm die Läserwarzen ab. Oder war der selbe? Ja. Fast alle. Die meinen. Noch nicht ganz. Ich brauch drauf. Komm mal mit. Oder geh mal nach oben. Marco hast du schwarz rüber zufällig mitgenommen? Nö. Boah. Die Scheiße. Müsste. Ah, hier ist es doch. Oh. Da wo es blinkt. Ah. Ja. Wenn du dich reisen würdest. Danke. Danke. So. Das wird jetzt das geilste. Sag's immer. Hä? 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 Hast du gar keine Kohle mehr? Hast du gar keine Kohle mehr? Hä? 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 Was hast du denn vor? Das darf ich nicht sagen. Ich weiß es. Oh man, ey. Fertig? Ja. Danke. Naja. Ohne eine Servatung geht nicht, ne? Hier sind welche drin in der Küste? Ich weiß. Hab ich schon gesehen. Äh, nicht in der Küste. Er hat wieder rumgestöbert. Muss noch gestraft werden. Was denn sonst? Ach, ohne Gläser geht's natürlich auch nicht. Okay. Ich halte nochmal kurz die Folge an. So. Und ich bin wieder da. Ähm. Ich habe jetzt herausgefunden. Jetzt kommt's. Ich, ja. Ich habe jetzt herausgefunden, wie ich's richtig mache. Nämlich ich brauche einmal Karotten. Warte. Ich, ich... Ja. Äh, ja. Es ist... Warte nicht. Das Lager ist auch fertig. Du sollst doch nicht warten. Ja gut. Was hat nochmal hier Verlängerung? Du musst, du musst zuerst, ähm, musst du, äh, Redstone rein tun. Danach Glowstone, also Redstone verlängert das Ganze. Glowstone, äh, macht den Schaden oder Schnelligkeit oder was auch immer mal zwei. Und wenn du einen Trank werfen möchtest, dann musst du als allerletztes, äh, Schwarzpulver rein tun. Wenn du zuerst Schwarzpulver rein tunst und dann den anderen Stoff, dann ist der Trank, geht er komplett, geht er gar nicht mehr. Okay. Okay. So. Soviel ich weiß jetzt. Äh, hast du... Kannst du mir mal eine Karotte leihen? Dominik? Ja? Ja. Eine brauche ich mal. Ja. Die Peer. Steh neben dir. Wer ist das denn? Eine. Die ich den Nächten zweifel. Super, dann kann ich eine essen. So. Ähm... Du bist noch nicht fertig, ne? Ne. Dauert noch. Okay. Warte. Ohne zu fertig. Bist du fertig? Jo. Gut. Kann ich die nicht irgendwie leeren oder so? Ne. Wo bist du, Marco? Guck auf den großen Bildschirm. Ah, wo sonst. Das verstehen die Zuschauer jetzt wieder nicht. Pff. In dem großen Bildschirm. Du bist selber getroffen. Ah ne. Ich hab dich getroffen, der Flo. Ich hab dich getroffen, der Flo. Ich muss hier raus. Ich muss hier raus. Ich muss hier raus. Pff. Ich sterb davon nicht, das weißt du. Wieso? Weil wir auf normal spielen. Nein. Du hast gesagt, ich soll auf schwer stellen, wenn ich ihn damit abwerfe. Ja, wenn du ihn damit abwerfst. Und nicht wenn er mich abwirft. Was? Ich hab nicht gesagt, dass ich's, äh, umgestellt hab. Pff. Pff. Nein. Pff. Nein. Nein. Warum machst du das jetzt immer? Was? So rumschreien. Das ist nicht mein Marco. Meine Sachen. Nein. Ich brauch Glas. Steine. Ich brauch trotzdem Glas. Was? Ach. Falsches Typ. Falsches Haus. Falscher Typ, ja. Sagst du auch im Bett, ne? Oh, falsche Frau. Nein. Geh meine Sachen wieder. Ich bring dich um. Nein. Wieso? Weil du Spaß machst. Jetzt haben wir noch nicht mal alle Sachen auf, ey. Okay. Ähm. Bevor du unbedingt jetzt noch mehr gequält wird. Haha. Würde ich sagen, äh. Nimm doch nicht, weil die Diamanten mit. Bescheuert. Bernd ich diesen Part mal. Und. Dann sehen wir uns. Tschüss. Tschüss. Tschüss.